Eva Bohling-Schröter hat für die Fraktion Die Linke das Wort. Ja, sehr verehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Minister Gabriel hat recht, wenn er sagt, wir müssen ehrlich miteinander reden, wir müssen das feststellen. Und er hat ja festgestellt, dass dieses hohe Haus das 40-Prozent-Reduktionsziel, CO2-Reduktionsziel, bekräftigt hat. Darüber diskutieren wir ja schon lange. Auch in der letzten Legislatur wurde dieses Ziel ja schon so festgestellt. Und natürlich hängt es auch an den Zertifikaten. Und Die Linke hat vor einigen Jahren schon festgestellt, dass der Zertifikathandel gescheitert ist. Und wenn wir uns jetzt die Preise anschauen, dann kann man natürlich sagen, er ist gescheitert. Außer man würde Backloading betreiben. Backloading heißt, dass die überschüssigen Zertifikate rausgenommen werden. Heißt aber auch, dass sie dann nicht mehr in Verkehr gebracht werden. Auch nicht 2020, sondern dass die dann weg sind und dadurch natürlich weniger CO2 ausgestoßen werden kann. Und dann die Preise steigen. Und die Preise sollen ja nicht steigen, weil irgendjemand das Geld einhamstern will, wie immer behauptet wird. Sondern um neue Investitionen zu rekrutieren. Und das wäre sinnvoll. Auf europäischer Ebene findet jetzt keine Gegenliebe zum großen Teil. Da sind auch Länder dabei, die Angst haben vor weiterer Arbeitslosigkeit. Wie zum Beispiel Griechenland, wie Spanien. Und das ist natürlich auch Politik dieser EU, die ganz andere Dinge verfolgt hat. Und das hat natürlich auch Auswirkungen. Arbeitslosigkeit, Schulden in diesen Ländern durch die EU verfolgt. Und da beißt sich die Katze in den Schwanz. So, und zu diesem 40-Prozent-Ziel fehlt ja noch was. Kollege Lämmel hat es angesprochen. Die Gebäudedämmung, die energetische Sanierung. Und ich fordere jetzt die Kontrahenten auf, sich endlich hier einig zu werden. Denn das ist dringend notwendig. Wir brauchen eine Rate von 2 Prozent. Und da könnte der Mittelstand, Kollege Lämmel, den Sie hier so angesprochen haben, da könnte dieser Mittelstand wirklich gefördert werden. Und das wären zukunftssichere Arbeitsplätze. Und wenn wir dann auch noch schauen, dass die in Ost- und West-tarifmäßig bezahlt werden, dann wäre das eine Sache für lange, lange Zeit. Denn diese energetische Sanierung braucht Jahre, bis wir den Stand erreicht haben, den wir wollen. Ja, und dann können wir wieder über ein Klimaschutzgesetz reden, das immer wieder angemahnt wird. Ich würde es nach wie vor für sinnvoll halten. Die letzte Regierung, die jetzige, will es ja nicht. Die SPD wollte es in der letzten Koalition, in der letzten Legislatur jetzt nicht mehr. Das finde ich schade. Wir sollten uns gemeinsam da hinsetzen, das überprüfen, noch mal die Ziele aufschreiben, noch mal die Überprüfungsschritte. Wenn Sie schon so ein Klimaaktionsprogramm haben, wäre das ja jetzt nicht so das Problem. So, dann Preise. Wird ja immer über Preise gesprochen. Und dann reden wir eben über die energieintensiven Unternehmen, die natürlich vieles geschenkt bekommen. Und da wird immer über Arbeitsplätze gesprochen. Da sind Sie ja richtig hasserfüllt, uns immer vorzuschmeißen. Sie wollen Arbeitsplätze verrichten, wollen wir gar nicht. Aber wir sagen natürlich, man könnte das Ganze auch staffeln. Und dann die Umverteilung, die ja weiter von unten nach oben geht, mal ein bisschen auf den Kopf zu stellen. So. Und was wollen wir jetzt noch weiter? Wir, die Linke, wollen ein Kohleausstiegsgesetz. Und wir wollen eben nicht sofort aussteigen, wie immer behauptet wird, sondern wir wollen hier einen Plan. Wir wollen bis 2040 das letzte Kohlekraftwerk abgeschaltet haben. Wir wollen einen Plan. Wir wollen, dass die Kilowattstunden, so wie bei den AKWs, von den alten auf die neuen übertragen werden können. Effizienzbenchmarks in drei Jahresstritten überprüft werden. Und da sind wir nämlich bei dem Thema Arbeitsplätze. Alle Unternehmen sagen uns in allen Debatten, die Politik muss so sein, dass wir uns darauf verlassen können, dass wir planen können. Und hier wäre dann die Möglichkeit zu planen, zu sagen, wir machen eine Strukturpolitik. Und ich bin doch die Letzte, die das nicht versteht. Ich war vor meiner Zeit im Bundestag Betriebsrätin. Und ich weiß, wie es Kolleginnen und Kollegen geht, die entlassen werden. Und da braucht man Qualifizierungsoffensiven. Und da braucht man viele Dinge in der Regionalplanung. Und da müssen wir uns einmal auf die Hinterbeine setzen und sagen, so könnte es gehen. Und es geht. Denn wir sind ja innovativ. Oder Sie wollen ja sowieso immer so innovativ sein. Dann sollte man mal wirklich schauen, wie geht es. Denn die Energiewende und alle international sagen uns, wenn es bei euch nicht geht, dann geht es nirgends. Also haben wir die verdammte Pflicht und Schuldigkeit, da was zu tun. Und zum Schluss noch zum KBK-Ausbauziel. Momentan ist die Umlage bei 0,3 Prozent. Dann wäre sie höher. Und ich denke, das wäre im Rahmen der KBK auch möglich. Da müssten wir uns darüber einigen. Ich denke, das wäre ein sinnvoller Schritt, KBK wirklich zu sichern für neue, für die Zukunft. Und auch das sind Arbeitsplätze, liebe Kolleginnen und Kollegen. Der Kollege Hubertus Heil hat für die SPD-Fraktion das Wort.